Hallo Leute und herzlich willkommen im... Ich wollte es einfach mal wieder versauen. Ich hab dir das jetzt noch gar nicht gesagt, das ist jetzt eigentlich noch gar nicht die richtige Aufnahme. Das ist jetzt ein Infovideo, was wir gerade machen. Was machen wir? Wir machen gerade ein Infovideo. Wir müssen das ja... Nein, ohne Scheiß, wir müssen das gerade mal erklären. Das mache ich jetzt wirklich, ich lade das dann gleich noch hoch. Ähm, Adrian, ihr seht, das ist weg. Das hat damit zu tun, dass er momentan... Naja... ...ein bisschen beschäftigt ist. Wie soll ich das sagen? Er... Er wird mit sich anderen Dingen. So. Ähm, deswegen ist er nicht mehr hier vertreten und wir machen das jetzt wieder alleine wie vorher. Wir sind wieder forever alone. Keiner will mit uns spielen. Können wir das Haus jetzt abweißen? Keiner will unsere Freunde sein. Will unser Freund sein. So. Ist alles so traurig. Oh, das hat gerade ein bisschen gelöst, aber ja. Naja. Ähm, das wollte ich eigentlich nur ankündigen. Deswegen, das ist jetzt vor der eigentlichen Aufnahme. Wir nehmen jetzt eigentlich direkt gleich auf. Äh, deswegen, es tut mir jetzt auch leid, dass ich dich jetzt nicht eingeweiht habe, aber... Ich werde es eigentlich sogar selbst vergessen. Ich habe gerade noch einen gedacht. Nehmen wir einfach. Ähm, ja, wir sehen uns gleich in der Aufnahme. Ist DVD auch? Ja. Oh. Ich kann es mir einschalten, wenn du willst. Nein. Wir sehen uns gleich in der Aufnahme. Bis gleich, Leute. Äh, macht's gut. Wir sehen uns gleich oben. Und... Wir sehen uns gleich oben.